Bullets ist ja nicht das richtige Wort, äh, Raketen, ne? Ja, der ist short. Yippiekayey. Oh Gott. Dann geh ich mal auf Infanterie-Jagd mit dem Teil. Oh, bocht er. Oh, Tank. Mach ich dem Schaden, ne, überhaupt nicht. Wow. Was machen wir jetzt? Äh, was denn denn? Alter, jetzt habt ihr beides gearbeitet, ne? Erstmal fünf Minuten nicht da. Aber wir müssen... Äh, das gibt's nicht. Hört auf. Ich kann das Ding hier auch nicht einfach so stehen lassen. Das sind aber auch bald. B-S-D-Views auch. Okay, wunderbar. Ich kann halt dem Tank leider nichts anhalten. Vielleicht, ich hab einen RPG. Ich... Panzerfaust dir den mal. Oh, hier steht auch ein Tank. Ich helf dir mal mit dem Tank. Hopp rein da. Mal wieder Sniper. Panzersniper Action. Treffer, disabled. Ah, das war das Haus. Yay, Schrott die Kiste. Na, bei B haben sie auch in die Luft gejagt. Ich kann nicht auf alles aufpassen. Glaubt, das ist ja auch keiner. Bist du nicht? Nur mehr, das ist voll die Hölle los da unten. Wie kommen die denn alle her? Komm. War's, das war kein Treffer. Nie im Leben. Oh. Woh. Jupps. Woh. 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 Das ist, äh, was spielen sie denn da? Rush auf? Grand Bazaar. Ups, die hat sich... ...hät die Kanone ausgeholt. Äh, kümmert sich jemand um den Heli? Nee, ich hab keinen Anti-Air dabei. Aber der kann mich am Arschlecken, wenn der wegbleibt. Alter, der soll woanders rum oxidieren. Ich werd gelockt. Großartig. Ist dir kein Smoke oder so dabei? Nee, ich bin draußen. So geht's nicht, mein Freund. Hm, hab ich trotzdem erschossen. Mhm. Ähm. Vielleicht haben die noch viele Tickets, das geht ja mal gar nicht. Wie der Level 5 ist bei mir. Ich muss voran drin, dann kann ich den Dings holen. Ja, ich hab einen enemy-Chopper, over. Hm, nein, nicht abschießen. Aua, aua, aua. Los, gleich hinterher. Los, lass lass uns. Ah, ist das so weit weg. Nein. Ich hab einen enemy-Chopper, over. Verdammt. Komm schon. Der enemy-Chopper, over. Der enemy-Chopper, over. Alter, wie jetzt? Voll daneben geflogen, dieses Ding. Ja, die ist total ungenau. Die haben's übelst gemacht. So, als hab ich nur noch zwei Raketen. Los, defused. Ah, jetzt bin ich tot. Hab's gesehen. Scheiß-Teil. Boah, nee, ey. Stirb. Schlampe. Ah, hilfe, der Granate. Woher kommen die her? Wo hat's klangt? Fast zu nieder. Bin zu weit weg. Hä? Wo ist er hin? Ist der Heli-Schrott? Weiß nicht. Ich seh ihn immer. Ah, doch, da. Enemy-Helikopter spotted. Over. So, pass. Wo bist du? Na, er fliegt zu tief. Scheiß-Dreck. Da kommt der Tech. Und? Bäm. Hehehe. Boah, der M-Track ist auch da. Das geht ja immer besser. Geh weg! Oh, hat's steht ja wie ein Weg. Das gibt's ja nicht. Ähm, scheiße. Das ist ja nicht. Geh weg. Ich dauernd. Mal wieder. Der Heli liegt da irgendwo hier oben. für ihn sie sind welcher von deutscher Server bei Hilfe das hat mich verarscht in die Nähe spiel müssen liegen postieren es kommt auf an manchmal ist es toll also ich spiel gerne angie aber Komm, 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 defuse, defuse Jetzt haben sie es doch noch geschaut, das gibt es ja nicht Dexler keine chance das war nicht überhaupt noch mal es ist doch eh vorbei und so das müssen wir jetzt aber besser machen es geht ja mal gar nicht das bin ich nicht gewohnt was macht er jan spielte nicht nicht getroffen jetzt müsste doch eigentlich links kommen schocki schocki ja schon wenn es nur back-to-kalken mit sind hochkartt die hingegen habe ich schon ein paar mal in rush gespielt schocki ich weiß aber nicht warum mit zweiter karten die beste mehr mal frosch von den neuen so Mike Island und Kulver von Martin jetzt im Rasch nicht so geklärt Gruver von Monsen die mit Markschirmkong ist irgendwie nicht so keine Ahnung doch schon Nee, nicht so richtig. Wo ist denn das gegnerische Team? Jetzt fährt der Panzer weg. Es sind nur vier Leute im Moment. Tja, ich muss mal sagen, er hat in die Arschkarte gezogen. Dann jump ich doch gleich mal weiter zu D.H. Bestellte Soldaten in der Umgebung, überrascht. Wir haben dich abgeholt. Hier, wo bist du denn? Ich habe gerade irgendwo einen gesehen hier oben. Ah, ich kann einen messern. Tada! Kommt, Leute. Geht halt mal jemand zum glücklichen Team. Joint halt mal jemand. Komm, 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 komm her! Ja! Da braucht schon wieder jemand an die da unten. Noch, Mann, ich wollte... Was? Ich wollte den umbringen. Komplett über deiner 1.700. M16 Kills. Ich bleib bei meiner... Entschuldigung. Ich bleib bei meiner... Ich bleib bei meiner... Bei meiner 700 Messer-Kills. Hallos, mach hin! Was warten wir eigentlich? Dass es so weitergeht.